Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 278. Mal bei Hoaxsiller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja und in dieser Episode soll es um den Baikalsee gehen. Wir haben ja in einem vergangenen Ferngespräch schon das Thema Ufos berührt und haben dann festgestellt, ein riesiger Ufo-Hotspot auf der Welt ist der Baikalsee. Und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir doch gleich mal eine Episode darüber. Und es gibt noch einige andere interessante Fakten rund um den Baikalsee. Und alle, die sehr aufmerksam zuhören, seien nochmal der Hinweis gegeben, dass wir in diesem Monat nur eine Folge veröffentlichen. Dafür gibt es dann nächsten Monat drei. Das hat was damit zu tun, dass wir relativ knapp sind, was die Zeit angeht, was die Recherchen angeht und den Anspruch an unserer Episoden. Deswegen jetzt eine Folge, so wie es eben gerade geht am nächsten Wochenende, die nächste Episode und dann noch zwei Folgen im Juli. Das ist euch persönlich vollkommen egal, das wissen wir. Hauptsache es gibt Content. Wir müssen das immer mit unseren Patreons besprechen, weil die uns ja pro Folge im Monat einen gewissen Obolus rüberschieben. Und da müssen wir das dann immer ein bisschen klären. Da haben wir gerade eine Umfrage am Laufen, ob das okay ist, wenn wir ein Ferngespräch abrechnen. Und derzeit kann ich sagen, dass bei einem Drittel aller Patreons, die uns dort unterstützen, die jetzt schon abgestimmt haben, das Credo ist, macht was ihr wollt, passt schon alles. Also insofern gibt es auch noch keine Gegenstimme. Ja, danke an euch daraus. Genau, das hilft uns gerade massiv. Und ihr hört schon heute am Montag, Folge 278, dann gibt es am Mittwoch das Ferngespräch der letzten Woche. Also dieser Turnus wird beibehalten, dass immer das Ferngespräch aus der vorangegangene Woche jetzt als Podcast erscheint. Nach deiner großen Aufholjagd. Ja, jetzt ist das erledigt, genau. Und am Wochenende dann im Grunde genommen, so planen wir es, wenn nichts dazwischen kommt, dann schon wieder die nächste Folge, Huxeler. So, jetzt habe ich auch genug Hausmeisterei vorab reingepackt. Und vielleicht noch der Hinweis am Ende, es gibt was zu gewinnen in der Episode. Also auf jeden Fall auch noch dranbleiben. Auch den Hinweis muss ich noch geben. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter. Die Story der Woche Nicht nur der Baikalsee hat sehr ungewöhnliche Geschichten und auch Fakten zu bieten, sondern auch deutsche Seen haben da durchaus mal unerklärliche Funde und interessante Phänomene. Und um so etwas ähnliches handelt es sich bei unserer heutigen Story. Es geht um den Göttinger Kiessee und dort wurde ein Wels gefunden. So weit nicht ungewöhnlich und dass die Dinger mal ganz schön groß werden, bis zu drei Meter groß, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Der Fisch, um den es hier geht, ist nicht ganz so groß und mit einem Gewicht von 40 Kilo, zwar beeindruckend, aber vielleicht nicht unbedingt das größte Exemplar. Aber das Besondere an diesem Wels, der da gefunden wurde und von Leuten mühsam an Land gezogen wurde, war, dass der eine Schildkröte im Maul hatte und gerade dabei war, ja in diesem Kampf mit der Schildkröte zu versterben. Das heißt also, vermutlich wollte der Wels die Schildkröte fressen, die Viecher sind, glaube ich, ziemlich verfressen und dann hat sich aber die Schildkröte im Maul des Welses verbissen. Die Schildkröte ist erstickt und der Wels wurde dann von den Leuten, die ihn gefunden und an Land gebracht haben, letztendlich erlöst, weil er sowieso nicht überlebt hätte. Und diese ungewöhnliche Geschichte von dem Wels mit der Schildkröte im Maul klingt irgendwie so nach einer Tierfabel, ist aber, wenn ich euch keinen Quatsch erzählt habe, eine wahre Geschichte. Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von dem Storch, der einen Frosch fressen möchte und der Frosch hält dann so den Hals vom Storch fest. Das wird immer so als Comic im Büro, habe ich ihn immer hängen sehen, mit dem Slogan nur nicht aufgeben. Das hat sich die Schildkröte vielleicht auch gedacht, als sie dann so gebissen hat. Ob diese Geschichte dann wirklich stimmt, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Jetzt machen wir erstmal weiter und stellen uns das erstmal nicht weiter vor. Thema der Woche Ihr habt es in der folgenden Ankündigung vielleicht schon gelesen. Der Baikalsee oder wie er dann auch oft genannt wird, der Baikal ist ein See der Superlative, muss man ganz klar sagen. Er ist der mit 1642 Metern tiefste See der Welt. Er ist ungefähr 25 Millionen Jahre alt oder eigentlich mehr als 25 Millionen Jahre alt und damit auch der älteste See und zudem auch der wasserreichste Süßwassersee der Erde. Er hat nicht die größte Fläche. Genau, also wenn es immer heißt, es ist der größte See, muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil da geht es nicht um die Fläche, sondern um das Volumen. Ganz genau. Und um diesen See der Superlative soll es gehen. Er liegt in Sibirien. Und vielleicht an der Stelle nochmal so ein Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, aber finanziell das nicht könnt. Es gibt noch so eine Geschichte, die wir haben. Das gerät immer so ein wenig in Vergessenheit, aber ich will es mal erwähnen. Wenn ihr auf unsere Homepage geht, gibt es so auf der rechten Seite so den Bereich Social Media, wenn ihr so ein bisschen nach unten rollt, vor den anderen Produktionen. Da gibt es die Huxilla Weltkarte. Und das ist mal ein Projekt gewesen, was irgendwann mal begonnen worden ist und wir finden das eigentlich ganz schön, weil da Menschen begonnen haben, zu jeder Episode von Huxilla einzutragen, wo diese Folge spielt. Das heißt, da sind lauter kleine Pinne in einer Google Map und vielleicht habt ihr da auch mal Lust, den Baikalsee einzutragen oder wenn ihr eine Huxilla-Folge gerade hört und unterwegs seid und gerade was tun wollt, dass ihr da einfach eine Stecknadel setzt. Das wäre ganz cool, weil es wäre schon spannend, irgendwann alle Folgen mal auf so einer Weltkarte zu sehen und parallel dazu, ich mache das auch immer ganz gerne, dass ich mir, wenn wir uns diese Folgen vorbereiten, einfach mal so eine Weltkarte nochmal angucke, weil ich mir dann immer nochmal visualisiere, wo spielt eigentlich gerade die Episode, das Thema, über das wir reden, damit ich das einordnen kann. Vielleicht findet ihr das auch ganz spannend und vielleicht wisst ihr das noch gar nicht, dass es diese Huxilla Weltkarte gibt. Da sind mit Sicherheit noch nicht alle Episoden verzeichnet, aber eine ganze Menge. Vielen Dank schon mal für all diejenigen, die da mitgearbeitet haben und wer Lust hat, da uns zu unterstützen, kann das auch gerne tun. So, aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Ja, genau. Um noch kurz einige interessante Sachen über den Baikalsee zu erzählen. Da sind zum Beispiel die Buryaten ansässig, die mit ihrer Kultur, mit ihrer Religion, mit ihren Traditionen schon so die Gegend sehr stark geprägt haben. Und auch einige Erzählungen so rund um den Baikalsee, zum Beispiel wenn es um Wasserdrachen geht, die gehen sicherlich auch mit auf diese buryatische Kultur zurück. Und ich weiß gar nicht, wer von euch da draußen noch Hugh Brunner kennt. Also ich habe ihn noch ganz gut vor Augen, aber die Jüngeren unter euch eventuell nicht mehr. Interessanterweise war Joe Brunner in der Filmvorlage von Westworld zum Beispiel, spielte er den bösen Ganzlinger-Robot. Das wären viele von euch, vielleicht als HBO-Serie war das glaube ich dann hinterher, auf HBO lief das dann. Der Original-Kinofilm aus den Ende 60er, Anfang 70er. Der steht hier noch, ne? Ja, ja, ja. Da hat Joel Brunner unter anderem mitgespielt. Also sehr bekannter amerikanischer Schauspieler, aber schon ein bisschen älter, was die Filme angeht. Genau. Warum habe ich den jetzt erwähnt? Und weil seine Großmutter Burjatin gewesen ist. So als kleine Randnotiz mal rund um den Baikalsee. Und was auch noch spannend ist, ist, dass der Baikalsee, mal jetzt abgesehen von den angeblichen Aliens, auf die wir nachher kommen, eine wirklich einzigartige Flora und Fauna zu bieten hat. Da gibt es Tiere und Pflanzen, die es sonst nirgendwo gibt. Und es gibt zum Beispiel eine Süßwasserrobbe, die Baikalrobbe, was ich sehr, sehr spannend finde, weil man heute noch überlegt, wie die sich da wohl dort angesiedelt haben könnte. Also solche spannenden Dinge sind tatsächlich dort vorhanden. Und im Folgenden kommen wir dann zu Dingen, die angeblich dort vorhanden sind. Ja, also es gibt um den Baikal eine ganze Menge sehr verrückter Geschichten, die dort spielen, stattfinden sollen, wie man das auch immer formulieren möchte. Wir wollen uns hier insbesondere heute in dieser Episode um die Aliens am Baikalsee kümmern oder auch die Aliens im Baikalsee, muss man ja noch viel mehr sagen, weil das so ein Thema ist, was sich so in der jüngeren Vergangenheit sehr weit nach vorne gedrängt hat. Und da gibt es eine ganze Reihe von verrückten Geschichten rund um den Baikalsee und auch Begegnungen von Militärs zum Teil, aber auch natürlich ortsansässigen Menschen mit Sichtungen, aber auch sehr konkret mit Aliens selber und vor allen Dingen nicht nur über oder am Baikalsee, sondern auch im See insbesondere soll es UFO-Sichtungen gegeben haben. Ja, also wenn wir mal anfangen mit so Sachen, die heute noch passieren. Also Ufologinnen und Ufologen sind heute noch am Baikalsee unterwegs und wollen da eben Experimente veranstalten oder vielmehr dort Wache halten und dann hoffentlich eine Sichtung haben. Es wird immer wieder erzählt von irgendwelchen ungewöhnlichen Lichtern, das kennen wir ja wirklich schon aus ganz vielen Bereichen der UFO-Erzählungen, also ungewöhnliche Lichter, die sich wahnsinnig schnell bewegen, die plötzlich auftauchen und dann wieder weg sind. Und es wird immer so erzählt, dass der Baikalsee eine so einsame und von der Umwelt und Zivilisation abgeschnittene Gegend ist, dass man gar nicht weiß, was dort sich so alles abspielen kann, so weit draußen. Und dann fängt man eben so an zu fabulieren, dass sich dort vielleicht schon seit wirklich Jahrzehnten Aliens aufhalten und von dort aus eventuell die Menschen beobachten. Es hat angeblich dort Flugzeugabstürze gegeben, die auf Alien oder sagen wir mal so, zumindest auf UFOs zurückzuführen sind. Angeblich hat es so einen Vorfall zum Beispiel 1959 gegeben, wo ein unbekanntes Flugobjekt ein Flugzeug begleitet hat und dieses Flugzeug dann in den See gestürzt ist. Und dann ist dieses Flugzeug, dieses unbekannte Flugobjekt eben wieder verschwunden, nachdem es quasi das Flugzeug begleitet hatte, bis es in den See gefallen ist und derlei Dinge mehr. Also das Ganze hat erstmal so diese üblichen UFO und Ufologie Zutaten, dann hat es teilweise auch ein bisschen was vom Bermuda Dreieck, man sagt da verschwinden Personen, da verschwinden Flugzeuge, da ist es unheimlich, da passieren unerklärliche Dinge. Das spielt mit hinein und dann gibt es eben ein Ereignis, das sich 1982 abgespielt haben soll, was heute noch so präsent ist in der UFO-Szene, dass man an diesem Ereignis gar nicht vorbeikommt. Das ist das mit dem Militärtauchern, das Ereignis. Genau. Ja, da wird also sehr ausführlich beschrieben, dass bei einer Trainingssession Militärtaucher im Einsatz waren am Balkalsee. Es waren, wenn ich richtig informiert bin, sieben Stück, ich gucke gerade Alexa nochmal an, sieben Stück, die da trainiert haben. Und bei diesen Tauchvorhaben sind ihnen, so wird berichtet, unter der Oberfläche des Balkalsee, drei in silberglänzender Taucherkleidung gekleidete Außerirdische begegnet, die zwar so Glaskuppeln getragen haben, aber keine sichtbaren Atemgeräte waren zu sehen. Die drei Taucher sind dann in Panik, also erst, was habe ich gesagt? Die sieben Taucher, also du hast drei gesagt, also drei Aliens, genau. Drei Aliens, sieben Taucher, ja drei, das spielt gleich eine Rolle. Also die Taucher wollten dann das Alien einfangen, sind dann in ein, ja quasi Fight gegangen. Ja, mit einem Netz wollten sie anfangen, weil sie dann Auftrag bekommen haben. Genau, den Auftrag, das dann einzufangen, das ist nicht gelungen, sie sind dann aber sehr schnell aufgetaucht. Und das Problem ist natürlich, wenn man schnell auftaucht, dass man dann eine Dekompressionskrankheit entwickelt. Genau, es ist die Rede davon, dass die Aliens sogar eventuell eine Art Druckwelle erzeugt haben, die die Taucher dann zum Auftauchen gezwungen hat. Das heißt also, die sind quasi, wenn man so will, regelrecht aus dem See geschleudert worden. Aha, man merkt, dass Alexa zwei Quellen mehr gelesen hat als ich, das habe ich gar nicht gefunden. Okay, also wie auch immer, die Taucher sind eben gezwungen, hochgeschossen, wir haben auch mal viel zu schnell aufgetaucht. Und jetzt kommen wir zu den drei Tauchern, die ich immer so im Kopf hatte. Drei sind dann nämlich verstorben, weil die Dekompressionskammer, die das Militär dabei hatte, zu klein war für alle Taucher. Man hat sie dann schon mit vier Tauchern überbelegt und für drei kam dann aber eben die Dekompression zu spät und sie sind dann auch verstorben. Und wenn man den Berichten glauben mag, wissen wir davon, also erst wird dann auch gesagt, dass die Überlebenden danach nie wieder über den Vorfall gesprochen haben. Das ist die eine Information. Gleichzeitig wird aber immer gesagt, dass dieser Vorfall gut dokumentiert ist. Und jetzt kann man natürlich da mal hinterher recherchieren, wenn man es möchte und kann sagen, was ist denn jetzt an dieser Geschichte überhaupt dran? Ja, also angeblich ist sie Teil von, das haben wir ja in den USA auch ganz oft, von offengelegten UFO-Akten. Wir haben ja jetzt auch gerade wieder so eine Welle von Dokumenten, die veröffentlicht werden, die ja deklassifiziert werden, die sozusagen allen zugänglich gemacht werden. Und im Augenblick sind UFOs ja wirklich wieder groß im Kommen und sehr stark im Gespräch. Und angeblich hat es 2009 eben auch von Russland aus so ein paar Dokumente gegeben, die veröffentlicht wurden. Und diese Geschichte sei dabei gewesen. Und man merkt, also wenn man da mal ein bisschen dahinter guckt, dass es diesen Bericht, dieses Dokument überhaupt nicht gibt, sondern einfach nur eine Geschichte, die als, ja man kann schon fast sagen, als Sage weitergetragen wurde. Und einfach in der UFO-Szene schon wesentlich früher präsent ist als 2009. Also wenn man sich die russische UFO-Szene anschaut und da gibt es Leute, die sich da wirklich, ja, hervorgetan haben, die auch Bücher veröffentlicht haben, dann ist eigentlich diese Geschichte immer mit dabei. Und wird jetzt inzwischen in den letzten Jahren auch wieder so ein bisschen hochgekocht, weil das Interesse an UFOs im Allgemeinen größer geworden ist. Und sie wird auch im Prinzip ausgeschmückt, denn inzwischen, wenn man sich so einschlägige Artikel durchliest, die sich so ein bisschen mehr auf das Mysterium UFO konzentrieren am Baikalsee, dann ist inzwischen die Rede sogar von Stationen unter Wasser, die durch Aliens besetzt sind. Eine Station, vielleicht auch zwei oder wie auch immer. Angeblich sollen also diese Aliens da so eine feste Anwesenheit, so einen festen Außenposten errichtet haben im Baikalsee. Und das ist natürlich schon eine ganz besondere Dimension, weil wir hier wieder, das ist jetzt so ein bisschen meine Interpretation dieser Geschichte, so eine Art Entdecker-Motiv haben. Ich denke gerade an Star Trek, die irgendwie auf Planeten, die noch nicht so weit sind, irgendwelche getarnten Stationen einrichten und da die einheimische Bevölkerung beobachten, ohne dass sie selber entdeckt werden. Und dann heißt es natürlich immer, der Baikalsee ist so tief, dass man da als Alien total geschützt ist und von da aus super agieren kann. Hast du gerade nochmal, weil du 2009 gerade erwähnt hast, erwähnt, dass diese UFO-Offenlegungsdokumente in Russland 2009 offengelegt werden sollten? Genau, und 1982 soll es passiert sein, aber wenn es durch die 2900 Dokumente offengelegt worden sein, gibt es die Geschichte halt schon länger. Und es ist auch interessant natürlich, wenn man auf das Narrativ achtet, dass eben, wenn es denn vor Offenlegung der Dokumente schon herumgegeistert sein soll, aber zeitgleich die beteiligten Militärs, also die Taucher, nicht darüber gesprochen haben, dann ist es ja schon auch sehr merkwürdig, wie die Geschichte überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen sein soll. Also auch dieser Widerspruch ist ja eigentlich nicht zu erklären und spricht zunächst mal dafür, dass die Geschichte nicht stimmt. Brian Dunning von Skeptoid hat in einer Episode dann nochmal herausgefunden, dass eine Geschichte allerdings ohne diesen Alien-Bezug wohl bei einer Taucherausbildung mal erzählt worden ist, also, dass die zu schnell aufgetaucht sind als Warnung vor Dekompression und dass man natürlich die Dekompressionskammer nicht hat. Und dass diese Geschichte sich vielleicht so tradiert hat und dann irgendwann sind die Aliens dazu gedichtet worden, aber dafür gibt es natürlich keinen Beleg. Aber wir erleben hier eher so etwas wie eine tradierte und ausgeschmückte Geschichte dann am Ende. Es geht das vielleicht nochmal zur Ergänzung bei diesen russischen Ufologen, die diese Geschichte weitergetragen haben, unter anderem um Professor Wladimir Assasa. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber wir können euch den entsprechenden Artikel von Brian Dunning zum Podcast verlinken, wo ihr das nochmal selber nachlesen könnt. Und dieser Mathematiker, dieser Russische, der hat sich also wirklich als Ufologe, als Ufo-Experte irgendwann mal etabliert und hat auch zum Thema Ufos veröffentlicht. Und der hat die Geschichte zum Beispiel wieder aufgegriffen und sie ist heute wirklich nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Das Dumme ist halt wirklich, dass man relativ schnell stecken bleibt, wenn man da rückwärts recherchiert und mal schaut. Was man denn überhaupt belegen kann, da bleibt nicht mehr viel übrig. Man kann sich die Motive ganz gut anschauen. Also dieser Auftrag, der an die Taucher rausgegangen ist, diese Militärtaucher, ein Alien mit dem Netz einzufangen. Da fühlt man sich so ein bisschen thematisch an einen Film erinnert aus den 60er Jahren, der zu einiger Berühmtheit gelangt ist. Das ist ein sowjetischer Film aus dem Jahr 1962, der Amphibienmensch. Und in diesem Film geht es um einen Professor, der seinem Sohn, weil dessen Lungen geschädigt sind, Kiemen implantiert, sodass der auch unter Wasser atmen kann. Und der Sohn, dieses Wasserwesen, genannt Seeteufel, legt sich dann mit den einheimischen Fischern an, weil er immer wieder Meerestiere aus den Netzen der Fischer befreit. Und irgendwann fangen dann die Fischer, man kann fast schon sagen zur Strafe, dieses Wasserwesen, diesen Sohn ein. Und der wird dann eingesperrt und zwar so eingesperrt in eine Kiste, dass er ständig unter Wasser bleiben muss. Woraufhin dann irgendwann seine Lungen sich ganz zurückbilden und ihre Funktion ganz verlieren und er dann eben nur noch unter Wasser existieren kann. Also so eine ganz tragische Gestalt in diesem Film. Und der Film ist eigentlich auch relativ erfolgreich gewesen im Ostblock und hat wohl sehr, sehr beeindruckende Unterwasseraufnahmen, die teilweise auf der Halbinsel Krim entstanden sind. Also das ist sicherlich dieses mit dem Netz fangen ein Motiv, was man dort auch findet und was dann unter Umständen da so ein bisschen in die Geschichte mit reingespielt hat. Aber ich denke, dass ein paar Dinge, die tatsächlich am Baikalsee vor sich gehen, diese Geschichte unter Umständen auch noch mit befeuert haben. Wir können ja nochmal erwähnen, den werden wir verlinken, einen Artikel der Siberian Times gibt, wo nochmal sehr viele einzelne UFO-Sichtungen dann auch beschrieben sind. Auch mit beeindruckenden Fotos, von denen dann aber einige auch dann nachgestellt sind von einem Fernsehsender. Da muss man auch fein aufpassen, was da passiert. Und vielleicht generell zu den Sichtungen am Himmel, am Baikalsee muss man sagen, dass am Baikalsee in Sibirien, obwohl er noch relativ weit weg vom Polarkreis ist, also ein Stückchen weit weg, da gibt es russische Regionen, die deutlich dichter dran sind. Und es dort durchaus auch schon Polarlichter gibt und damit auch merkwürdige Lichterscheinungen. Jetzt könnte man sagen, wenn man da wohnt, dann weiß man das doch auch. Aber immer wieder werden natürlich auch solche Lichterscheinungen fehlinterpretiert. Ich will auch nicht sagen, dass das für jede Sichtung eine Erklärung ist, aber man sollte es halt im Hinterkopf behalten, wenn Menschen darüber berichten, dass sie am Baikalsee merkwürdige Dinge gesehen haben. Es gibt dann noch sogenannte Petroglyphen am Baikalsee, also so Stein, in Stein geritzte Abbildungen, über die immer wieder berichtet wird, wo dann auch gesagt wird, das zeigt ganz klar Aliens. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir bei allen Kulturen weltweit, bei allen Hochkulturen irgendwelche Symboliken haben, die man sehr wohl als Aliens interpretieren kann. Wenn man sich dann aber natürlich mit den alten Kulturen auskennt und diese Bilder generell in den richtigen Kontext stellen kann, da kommt man auch sehr gut mit Erklärungen aus, die nicht Aliens mit Weltraumhelmen oder anderen Dingen benötigen, damit man es erklären kann. Aber auch das gibt es und all das zusammengefügt natürlich in so einem Zeitungsartikel wie hier in der Siberian Times führen dann natürlich dazu, dass das so klingt, als ob das ja im Grunde genommen der Frankfurter Flughafen für Aliens ist am Baikalsee. Genau, wenn wir solche Bilder anschauen, müssen wir halt unsere 21. Jahrhundertbrille absetzen und die Dinge halt im Kontext uns anschauen, beziehungsweise durch Historikerinnen und Historiker einschätzen lassen und eben nicht unsere Sicht der Dinge drüber stülpen. Wenn wir das machen, dann passieren solche Sachen wie, dass wir irgendwelche Felszeichnungen auf einmal als Aliens interpretieren. Ja, vielleicht nochmal zur generellen Einordnung der Baikal. Man könnte den Eindruck gewinnen, das ist total einsam und man braucht da ewig und drei Tage, um da hinzukommen und dann wohnen da vereinzelt ein paar Menschen und die sehen dann merkwürdige Dinge und man kann das aber auch gar nicht nachverfolgen. Und wenn man so YouTube-Kanäle sich anschaut, die darüber berichten, dann ist das fast so, als ob sie vom Mond oder Mars berichten. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass der Baikal direkt in der Nähe von Irkutski liegt. 600.000 Einwohner. Genau, das ist eine Stadt mit mehr als einer halben Million Einwohner und die fahren da auch als Naherholungszentrum zum Baikal hin. Und wenn man mal Instagram aufmacht oder TikTok, dann gibt es da einfach sehr viele russische junge Menschen, die dann am Baikal Videos drehen. Das heißt, also es gibt Bereiche des Baikal, die sind sehr, sehr gut zu erreichen und dann nicht so einsam. Also das sollte man im Hintergrund behalten. Generell aber nochmal zur Ausdehnung und zur Größe des Sees, vielleicht noch ein, zwei Worte, damit man sich das nochmal vielleicht auch vorstellen kann. Der See selber hat eine Uferlänge von 2.125 Kilometer. Also das ist schon mal recht beachtlich. Und er liegt, wenn ihr euch das auf einer Karte anguckt, in so einer Südwest, also vom Südwesten bis Nordosten in so einer Achse. Er ist so ein bisschen länglich gezogen und diese Achse ist ungefähr 673 Kilometer lang. Auch das ist ein ordentliches Stück. An seiner breitesten Stelle ist er 82 Kilometer breit und die durchschnittliche Breite beträgt 48 Kilometer. Also das heißt, der ist schon auch wirklich groß und es gibt da sicherlich auch sehr einsame Bereiche rund um den Baikal und den zu durchschwimmen. Ganz kurz noch, also das ist nicht wie so ein Baggersee, den man einmal so in der Breite durchschwimmt. 48 Kilometer durchschnittliche Breite, das ist schon auch relativ breit. Auch Baggerseen sind nicht ganz ungefährlich. Darf man mal ganz ab, aber die sind halt nicht so breit. Man sollte nicht so tun, als ob man da nicht verloren gehen kann, aber verloren gehen kannst du als Wanderer auch in anderen Ländern und an anderen Stellen. Insofern kann man diese Frage, ist der Baikalsee fernab jeglicher Zivilisation mit einem klaren Jein beantworten. Da gibt es sehr, sehr einsame Stellen, aber da gibt es auch Stellen, die wirklich touristisch erschlossen sind. Wo eben Städte in der Nähe sind und ja, wo man wirklich nicht völlig aus der Welt ist, aber natürlich viel Natur um sich drum herum hat. Es gibt weitere Geschichten rund um den Baikalsee, die ihn sozusagen fast in eine Verwandtschaft zum Mermuda-Dreieck setzen. Also es wird immer wieder berichtet, dass dort Flugzeuge und Schiffe verschwinden. So wird es berichtet. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ist das wirklich so, dass so viele Schiffe verschollen gehen? Es gibt ein Schiff, die Yamaha wird berichtet, die tatsächlich untergegangen sein soll. Und die Anwohner berichten, dass dieses Schiff direkt in die Hölle hintergezogen worden ist. Hier ist es so, dass es unter Umständen gewisse Strudel innerhalb des Sees gibt. Wie die entstehen, beschreiben wir nachher nochmal an anderer Stelle, weil das noch ein zweites Phänomen bezeichnet, die diese Yamaha tatsächlich vielleicht zum Untergang gebracht haben. Aber generell lässt sich sagen, dass im Baikalsee jetzt nicht überzufällig oft Schiffe und Flugzeuge verschwinden. Und man muss auch einfach berücksichtigen, hier sind wir nochmal bei dem Thema, was ich vorhin schon einmal angerissen habe oder eben gerade angerissen habe. Wenn der nicht zugefroren ist, das ist also von November bis Mai und dann ist der auch sehr, sehr dick zugefroren, sodass auch LKWs darüber fahren können über den Baikal. Aber wenn er eben nicht zugefroren ist, dann ist da halt auch Remi Demi, was Boote angeht. Also da fahren dann halt auch ständig irgendwelche Boote auf diesem See rum, weil das eben auch ein Urlaubsgebiet ist und da viele Schiffe unterwegs sind und Boote. Aber es ist interessant, als du gerade diese Geschichte mit der Yamaha erwähnt hast, dass du gesagt hast, die sei in die Hölle hinabgezogen worden. Es gibt nämlich noch eine andere Geschichte, die sagt, dass da nicht nur ein Alien-Station unter Wasser ist, sondern ein Portal in eine andere Dimension. Und dass nämlich die merkwürdigen Flugobjekte, die Aliens oder wie auch immer, dann aus einer Parallelwelt kämen. Ja. Geschichten vom Feen- und Totenreich, also was du eben so in den herkömmlichen älteren Sagen hast, mit modernen UFO-Sagen verbindet. Und dass diese Motive dann so zusammenwachsen, das finde ich sehr, sehr spannend vor dem erzählforscherischen Hintergrund. In meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass diese Idee von ja im Grunde genommen Dimensionsportalen, die für UFO-Sichtungen zuständig sind, eine modernere Erklärung ist. Weil man vielleicht auch, und das ist jetzt aber, da müsste man mit André Kramer wahrscheinlich nochmal drüber sprechen, aber meine Wahrnehmung, weil die Sichtungen ja jetzt nicht überproportional mehr geworden sind. Das ist ja immer die Geschichte, jetzt haben alle Smartphones, wir haben alle unglaublich gute Kameras dabei. Eigentlich müssten doch, wenn ständig UFOs jetzt da sind, die UFO-Fotos und UFO-Videos absolut überhand nehmen. Genau, das ist das Yeti- und Bigfoot-Phänomen. Genau, das findet ja nicht statt, aber und auch die Sichtungen werden häufig jetzt erklärt durch Phänomene wie Balance oder diese Party-Balance, die da mit Kerzen betrieben wurden, all diese Geschichten. Und als Rückzugspunkt wurde dann ja als Erklärungsmodell ein Dimensionsportal genommen, weil das können wir physikalisch jetzt gar nicht nachvollziehen, beschreiben. Und dann entzieht es sich auch sozusagen einer Erklärung und dann ist es natürlich nur folgerichtig, dass man heute sagt, naja, dann ist halt im Baikal, da unten auf 1600 Meter Tiefe ein Dimensionsportal und dann verschwinden die Sachen dahin. Dass in so einem riesigen See, so wie wir ihn beschrieben haben, auch mal ein Schiff untergeht, ist glaube ich gar nicht ungewöhnlich, aber wir können mal überleiten zu dem nächsten Phänomen, die dann auch mit diesen Strudeln im Kontext stehen. Denn auch da gibt es dann, das finde ich ganz interessant, den Bericht, dass Astronauten aus dem Weltall heraus auf dem Eis des Baikalsees Ringe gesehen haben. Und das stimmt sogar. Jetzt ist die Frage tatsächlich, weil das steht in einer Quelle drin, ich habe dann aber mehrere Quellen gefunden, die davon berichten, dass Satelliten, Erdbeobachtungssatelliten diese Ringe gefunden haben. Ach so meinst du das, ja okay, also man kann sie aber schon von oben sehen. Jetzt ist aber auch die Frage, ob das wirklich die Astronauten auf der ISS, so wie es impliziert wird, gesehen haben oder ob es dann die Erdbeobachtungssatelliten gesehen haben, die dafür zuständig sind, lassen wir mal dahingestellt. Aber sie sind tatsächlich sichtbar und es gibt kreisrunde, zum Teil riesige, zum Teil kleinere, auch nebeneinander Ringe, die man sehen kann im Eis tatsächlich, wo man lange Zeit überlegt hat, was könnte es sein. Und natürlich, wenn wir in diesem Kontext sind, es kann nur eine Sache geben, wenn Ringe auftauchen, nämlich... Kornkreise. Ja, UFOs. Ich habe schon gerade gedacht, oh je, jetzt heißt es demnächst irgendwie, die Huxillers würden sagen, es gibt Kornkreise auf dem Baikalsee. In der Tat gab es aber dann tatsächlich auch die Theorie, dass Menschen das künstlich angelegt haben mit Schlittschuhen, die dann immer im Kreis gelaufen sind. Oh Gott, das war anstrengend. Es gab tatsächlich jemanden, ich weiß nicht, ob ich die Quelle noch finde, aber das hat irgendwer auch vermutet, ähnlich wie bei den Kornkreisen, von denen man ja heute sehr, sehr, sehr genau weiß, wie die entstehen, nämlich studentische Pranks da im Grunde genommen, die auch in mehreren Videos... Nicht nicht physisch, sondern sogar physisch. Physisch, mit Brettchen und Seilen, die gemacht haben, diese Kornkreise. Aber es ist hier ein bisschen anders und wir erleben tatsächlich bei größeren Eisflächen das immer mal wieder, diese Kreise. Und was dazu führt, generell zu Kreisen im Eis, sind bestimmte Wasserströme, also Wasserströmungen, die dazu führen, dass diese Kreise ausgeschliffen werden aus dem Eis. Es gibt Flüsse, die zugefroren sind, die das aufweisen, da sind die Mechanismen ein bisschen andere als am Baikalsee. Beim Baikalsee geht man davon aus, dass tatsächlich, weil er so tief ist, weil damit der Druck so groß ist und weil die Temperatur so tief ist, ist im, also am Grund des Baikalsee mit hoher Wahrscheinlichkeit Gasvorkommen in fester Substanz vorkommen. So ein bisschen, der Schätzing hat auch da mal ein Buch drüber auch geschrieben. Beim Schwarm war das nicht so, dass die da auch in der Tiefsee diese Gasvorkommen schürfen wollen. Achso, diese Kamine, Schlote. Das sind die warmen Schlote, aber ich glaube beim Schwarm ging es auch darum, dass man in der Tiefsee diese festen Gasvorkommen ausbauen wollte, damit die Tiefsee gegen sich aufgebracht hat. Wurscht. Also Gas in fester Form unten im Baikalsee und dann gibt es eben auch warme Quellen unter Umständen oder weil es halt auch eine Bruchstelle ist, eine tektonische Bruchstelle ist, immer mal wieder die Situation, dass dort das Gas dann sozusagen freigesetzt wird. Also da pupst es quasi im Baikalsee. In dem Fall ja, weil es im weiten Teil Methan ist, was da auch gelagert wird und dann steigt das auf, erwärmt dabei dann auch das Wasser und dadurch entstehen dann Strömungswirbel, die dazu führen, dass sich diese Kreise bilden. Das ist die gängige Theorie, da werden wir euch einen Artikel nochmal verlegen. Nochmal ganz detailliert, der Ring entsteht deswegen, weil die Strömung im Inneren dieses Wirbels nicht stark genug ist und das Eis nicht schmilzt, an den Rändern aber schon. Und damit wird er dann reingeschnitten quasi ins Eis. Und jetzt gibt es natürlich, auch das hat man schon beim Bermuda-Dreieck mal simuliert, die Idee, dass so eine Gaseruption aus Tiefen, die dann aufsteigen, auch dazu führen könnten, dass die Tragfähigkeit des Wassers sich verändert und auch das zum Untergehen von Schiffen zum Beispiel führen kann, weil dann die Verdrängung anders funktioniert. Das kann man simulieren, dass also ein Boot, was schwimmt und man lässt dann Gas unter dem Boot aufsteigen, dazu führen kann, dass das Schiff dann sinkt, weil es nicht mehr getragen wird vom Wasser. Ob das jetzt bei der Yamaha der Fall gewesen ist, das möchte ich nicht sagen, sondern das ist tatsächlich eine Hypothese, die ich jetzt hier mal so in den Raum stelle. Hier könnte aber dazu passen, soll also nur heißen, wenn es da mal blubbert, ist es halt auch nicht ungewöhnlich. Das liegt an der Besonderheit der Tiefe des Baikalts und natürlich an den Temperaturverhältnissen, die auch dazu führen, dass es übrigens sehr viele Tiere dort gibt und Fischarten, die sich nur dort entwickelt haben und auch nur dort leben, weil es kaum Süßwasser gibt, was so kalt und so tief ist, sodass sich da auch eine ganze Reihe von Tieren entwickelt hat, die es auch nur am Baikal gibt. Genau und weil es so schön ist und jeder See eigentlich auch ein Monster braucht, sollten wir hier vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz kurz zumindest, nicht ausufernd, aber ganz kurz das Monster vom Baikalsee benennen. Das ist nämlich ein Wasserdrache und besonders schön finde ich, dass dieser Wasserdrache auf eine boriatische Sage zurückgeht und unter zwei Namen bekannt ist, unter Lusut Khan oder Usan Lopsan Khan und wer das möchte, kann die Sage dahinter sich durchlesen. Das ist spannend, ein bisschen unheimlich, auf jeden Fall eine schöne Erzähltradition und auch heute dort noch lebendig, deswegen wollte ich sie nicht unerwähnt lassen. Und es gibt keinerlei, es gibt noch nicht mal Fotos davon. Ja, also das ist im Prinzip noch schlechter belegt als, oder viel schlechter belegt als Nessie. Darauf wollte ich hinaus, genau, also es ist halt wirklich eine Sage, eine Sagenfigur und es ist jetzt nicht so, dass es da jedes Jahr zwei, drei Fotos von dieser Kreatur gibt und man sagt, guck mal, da ist was, sondern das gibt es noch nicht mal, sondern eher aus der Sagenkultur übernommen, aber wird gefunden. Wenn man danach sucht, findet man es und sagt, guck mal, prima, da gibt es auch irgendwelche Tiere. Und das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für Kryptozoologen, die natürlich sagen, in dieser besonderen Lage wird es sicherlich unter Umständen auch noch andere Lebewesen auf Vorzeiten. Ja, wenn es da schon mal Süßwasserrobben gibt, warum dann nicht auch ein Monster? Genau, die übrigens auch ganz ungewöhnlich sind, auch das kann man sich nochmal durchlesen. Also spannende Geschichte. Wir sollten eine Sache noch erwähnen, die man im Prinzip auch ins Reich der Sagen oder zumindest der Gerüchte verweisen kann, nämlich die Gerüchte darüber oder die Geschichte darüber, dass Steven Spielberg da eine Doku drüber machen wollte. Richtig, das gab es dann auch mal eine Zeit lang. Aus der entweder nichts geworden ist oder die niemals überhaupt nur geplant war von ihm. Aber ein Riesen-PRs dann, also eine Riesen-Presse-Mitteilung. Steven Spielberg kommt an den Baikal, um dort vor Ort zu recherchieren für sein nächstes Projekt. War noch nicht mal klar, ob es eine Doku sein sollte oder ein Film. Da war man sich auch nicht einig. Gekommen ist er nicht. Und ich habe jetzt auch nichts über den Baikal. Wer weiß, vielleicht der neue Indiana Jones, der gedreht wird. Gehen wir Hilfe. Mit Robben und Aliens. Alien-Robben. Obwohl Aliens hatten sie ja schon im letzten, den es gar nicht gibt. Also insofern, wenn auch das euch unterkommt, dass euch jemand erzählt, ja, aber wenn da nichts wäre, dann wäre da doch nicht Steven Spielberg hingefallen. Ist er halt nicht. So muss man sagen, ist er nicht. Aber wir haben jetzt schon mehrfach die Größe angesprochen. Wir können auch mal sagen, dass der Baikalsee, wenn man das in Kubikmeter sich anschaut, ungefähr 26.000 Kubikmeter, genaue Zahl kann man gerne bei Wikipedia nachlesen, Wasser beinhaltet. Das ist eine ganze Menge. Und es wäre ja immerhin möglich, dass da unter der Oberfläche was stattfindet. Weil es gab noch eine Geschichte. Zwei Tiefsee-Tauch-U-Boote, von denen eines ganz, ganz tief getaucht ist. Und dann aus Gründen eines Checks hat man die Beleuchtung mal ausgemacht und hat dann plötzlich einen Lichtblitz gesehen, den man sich bis heute tatsächlich nicht erklären kann. Das andere Tauch-U-Boot, die waren im Tandeln unterwegs. Also die haben quasi das Licht ausgemacht, aber es war trotzdem noch Licht da. Genau. Ein kurzer Lichtimpuls, genau. Und das andere U-Boot war auf einer ganz anderen Höhe. Also das konnte es nicht gewesen sein. Das konnte man also de facto ausschließen. Und diesen Lichtimpuls hat man nicht erklärt bekommen. Jetzt wäre es natürlich, also das ist tatsächlich belegt, bezeugt. Und die Betreiber des Tauch-Robotes gelten zumindest als so seriös in ihren Aussagen, dass man sagt, das hat stattgefunden. Jetzt ist aber so, dass ein nicht erklärter Lichtimpuls für eine ganze Alien-Zivilisation oder gar ein Dimensionstor ein bisschen ein schwacher Beleg ist. Und jetzt können wir nämlich überleiten zu dem nächsten, wenn man denn sagt 26.000 Kubikmeter Wasser, eine ganze Menge. Aber ein Kubikkilometer, 26.000 Kubikkilometer muss ich sagen. Ich habe Kubikmeter gesagt. 26.000 Kubikkilometer. Kubikmeter rechne ich immer mit unserem Wasserwerk hier ab. Also 26.000 Kubikkilometer Wasser. Aber ein Kubikkilometer Wasser hat man relativ gut untersucht inzwischen am Balkan. Ja, weil man eine Sache dann nämlich ziemlich cool machen kann, nämlich auf die Jagd nach Neutrinos gehen. Es gibt da ein Neutrinoteleskop, das Baikal Deep Underwater Neutrinoteleskop. Und das Ganze hat im Prinzip seine Wurzeln schon in den ersten Experimenten 1980, ist dann in den 90er Jahren in einem ersten Schritt ja im Prinzip fertiggestellt worden und wird bis dieses Jahr, bis ins Jahr 2021 hinein kontinuierlich ausgebaut. Und man guckt sich da einfach diese Neutrinos an, was nämlich gar nicht so einfach ist. Genau. Forschungsprojekt übrigens nicht nur von Russland, sondern von mehreren Nationen, die daran beteiligt sind, warum man das jetzt am Baikalsee. Es gibt drei Neutrinoteleskoppe generell. Neutrinos haben so die unschöne Angewohnheit, einfach mit nichts zu interagieren eigentlich. Also die fliegen so durch die Gegend und fliegen auch durch uns durch und interagieren nicht mit uns. Und wir wissen aber, dass es sie gibt und man möchte sie gerne untersuchen. Aber wenn sie halt nicht reagieren, dann ist es auch schwierig, sie zu untersuchen. Und ein Teleskop für Neutrinos sieht jetzt mal komplett anders aus als alle anderen Teleskope, die man sich vorstellt, weil das ist eine große Menge Wasser. Warum ist das so? Weil Neutrinos manchmal, wenn sie auf ein Wassermolekül treffen, eine Strahlung freisetzen, die man, wenn es dunkel genug ist, sehen kann. Das heißt, alle Neutrinoteleskope sind im Grunde genommen definiert durch große Wasservolumina unter der Erde, da wo es dunkel ist und dann hat man sehr lichtempfindliche Sensoren. Die da rumschwimmen dann kann. Genau, oder an den Seiten angebracht sind, je nach Struktur. Und dann ist es halt dunkel und irgendwann blitzt es. Und wenn es geblitzt, dann weiß man, guck mal, das war ein Neutrino. Und anhand der Spur, die das Neutrino oder die Strahlung des Neutrinos dann in dem Wasser hinterlässt, kann man dann Rückschlüsse daraus ziehen, wo es herkommt, welche Eigenschaften es gehabt hat, welche Geschwindigkeiten und so weiter und so weiter. Und der Balkalsee, der also mehrere Monate des Jahres zugefroren ist und dann auch dunkel ist, weil da Eis drüber ist, ist super gut. Und was macht man da tatsächlich? Man bohrt Löcher, man stellt Kräner auf das Eis. Das geht halt auch gut, weil es eben so dick ist, das Eis. Und lässt dann an so langen Seilen und mit Kabeln natürlich Sensoren überall in das Eis hinunter und kann dann diesen Bereich sehr, sehr gut untersuchen. Und wenn es dann blitzt, dann kann man Neutrinos dort identifizieren. Inzwischen deckt dieses Teleskop einen Quadrat Kubikkilometer Wasser. Ein Quadrat ist auch Quatsch. Ein Kubikkilometer, meine Herren. Wasser ab. Und worauf will ich jetzt hinaus? Wenn es ungewöhnliche Lichterscheinungen gäbe, dann müssten die halt jetzt wirklich überall stattfinden, außer genau in diesem Bereich, der untersucht wird. Jetzt könnte man sagen, die Aliens sind schlau genug, da drum rum zu verschieben. Das Ganze ist am Südende. Vielleicht haben sich die Aliens ja nach Norden verkrümmelt. Aber es wäre schon halt auch sehr ungewöhnlich. Das heißt, hier diese Forschungsgruppen, die dann mehrere Monate im Jahr dort unterwegs sind, haben nichts Ungewöhnliches festgestellt, außer Neutrinos, die gelegentlich mal dann durchschlagen und sichtbar werden. Denn also auch hier sieht man, dass ein Großteil gut untersucht ist und ungewöhnliche Lebewesen oder so wären dann vielleicht auch eher nochmal aufgefallen, weil man immer in diesem Bereich eines Kubikkilometers, jetzt habe ich es mal richtig gesagt, Wasser sehr, sehr gut untersucht hat. Also ich muss ja wirklich sagen, ich mag das immer ganz gerne, solche Geschichten zu lesen. Und ich habe auch jetzt in der Vorbereitung diese ganzen Sachen, auch diese Geschichte mit den Alien-Tauchern 1982 mit einer gewissen Freude gelesen. Und ich finde es halt trotzdem spannend, was da so passiert. Das ist ein See, das muss man sich mal vorstellen, der um so vieles älter ist als die Seen, die wir sonst so kennen. 25 Millionen Jahre ist vom Volumen her der größte See überhaupt und ist auch noch an einer Stelle, die tektonisch mal abgesehen von der Flora und Fauna so wahnsinnig spannend ist. Und dann werden da auch noch solche wissenschaftlichen Experimente durchgeführt. Ich finde all das ist sowieso schon super faszinierend, sodass diese Aliens und Dimensionstore und Wasserdrachen ist im Prinzip ein netter Bonus, den man dann auch noch so hat. Und ich finde einfach allein schon, was da wirklich abläuft, ist wert, dass man sich damit beschäftigt. Und dass wer kann, da vielleicht auch mal hinreist und sich das vor Ort anschaut. Und das zeigt halt einmal mehr, erstens mal, wie gerne wir, so spannend unsere Welt ist, Geschichten erfinden, weil das einfach unser Bedürfnis ist und weil natürlich auch gerade UFO-Geschichten immer noch sehr, sehr gut in unsere Zeit passen. Aber auf der anderen Seite eben auch, wie wunderbar unsere Natur ist und wie schützenswert und was für großartige Dinge einfach auch die Natur hervorbringt. Stimme dir bei allem hinzu. Und natürlich immer, wenn es für uns sozusagen weit weg ist, dann ist es dann auch wieder besonders spannend mit einem Mal. Tatsächlich ist es dann ja meist für diejenigen, die dort leben, gar nicht so spannend oder so ungewöhnlich. Und trotzdem der See, der so groß ist, dass am Ende im Grunde genommen Straßen dann auf dem Eis angelegt werden, auf denen man unterwegs ist. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr besonders. Und das, was weit weg ist, fördert dann auch eben die Fantasie aus der Ferne. Und sicherlich ein Ort, den man, wer da Interesse daran hat, auch mal besuchen kann. Sehr besonders. Vielleicht können wir euch noch eine Georeportage vielleicht verlinken, die wir selber jetzt nicht gesehen haben, aber die vielleicht ganz spannend ist. Und wenn ihr da mal selber, also gut, wenn ihr selber danach sucht, werdet ihr zum Balkalsee natürlich ganz, ganz viel finden. Auch aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, sei es Flora, Fauna oder eben dann diese Winterstraßen. Da gibt es ganz, ganz viel. Und spannend. Die Geschichten sind spannend, aber auch das Debunking ist natürlich, spannend. Und wir lernen hier auch wieder so mit den Eiskreisen, dass es ungewöhnliche Dinge gibt. Und wenn wir dafür keine Erklärung haben, dass wir dann sehr schnell dabei sind, paranormale oder überirdische, in dem Fall, Erklärungsmuster zu geben. Und man dann aber, wenn man sich intensiv damit beschäftigt und dann sich auch auskennt mit der Materie, dann plötzlich zum Schluss kommt, so ungewöhnlich ist es gar nicht. Und das ist so eine Lehre, die man dann generell wieder... Eben cool. Eben cool, genau. Und dann kann man daraus die Lehre ziehen, wenn einem was anderes begegnet, was übersinnlich wirkt, dass es vielleicht doch eine sehr irdische Erklärung geben kann. Aber das ist halt nicht weniger cool. Deswegen ist es, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. Dann lösen wir doch jetzt mal diese tragisch-komische... Ich sehe es mehr tragisch als komisch, glaube ich. Ja, irgendwie schon, oder? ...Geschichte zwischen dem Wels und der Schildkröte auf. Die Auflösung Ja, die Geschichte vom Wels und der Schildkröte ist leider keine Sage, weder eine moderne noch sonst irgendeine, sondern wahr. Und hat sich tatsächlich am Göttinger Kiessee zugetragen. Und manche werden es vielleicht in den Medien sogar mitbekommen haben, weil es sich dieser Tage abgespielt hat und dann auch ziemlich breit behandelt wurde in den Medien. Und diese Schildkröte hat sich wirklich im Maul des Welses verbissen, ist dort erstickt. Und der Wels ist auch daran oder hat solche Verletzungen davon getragen, dass er nicht hätte überleben können und ist dann erlöst worden. Da sieht man mal wieder, ja, dass die Natur nicht nur cool ist, sondern auch manchmal ein bisschen grausam. Aber solche Dinge passieren eben. Und dann haben wir hier eine Geschichte zu erzählen. In dem Fall eben keine Sage, sondern eine wahre. Und verrückt. Ja. Gutes Stammtischmaterial. Wir haben, das ist jetzt, ich weiß nicht, ich wollte jetzt gerade eine Überleitung, aber die kriege ich nicht hin. Das wird schwierig. Obwohl, es ist true und es ist fact, was ich gerade erzählt habe. Der Hammer. Oder? Super, genau. Genau, genau darum geht es nämlich, um True Facts, dem neuen Buch von Katharina Nohkuhn und Pia Lamberti. Und das können wir verlosen. Nämlich dreimal. Pia und Katharina waren so freundlich, uns drei Exemplare zukommen zu lassen, damit wir sie für euch verlosen können. Das Buch Fake Facts kennt ihr ja vielleicht auch schon. Das ist jetzt, eine Fortsetzung ist nicht ganz richtig, sondern trägt den Untertitel, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Und was ich hieran so schön finde, ist, dass es im Grunde genommen ein kurzer Ratgeber ist, in vielen Punkten, wie man mit Menschen sprechen kann, die Verschwörungsideologien anhängen. Es wird nochmal erklärt, wie die Psychologie des Verschwörungsglaubens ist. Und es ist nicht ausufernd lang, aber lang genug und inhaltlich tief genug, glaube ich, wie man bei den beiden Autorinnen erwarten kann, dass man was mitnehmen kann. Und ist nicht nur wegen der Corona-Pandemie natürlich ein wichtiges Buch, sondern generell, und wir haben ja alle wahrscheinlich in unserem Freundes- und Verwandtenkreis und Bekanntenkreis vielleicht jemanden, der so ein bisschen in diese Richtung schlägt. Und da ist so ein kleiner Ratgeber und mit gutem Inhalt vielleicht auch hilfreich. Also das ist, wie gehen wir damit um und wie gehen wir mit Menschen um, die sowas glauben, ist, glaube ich, die häufigste Frage, die überhaupt an uns herangetragen wird, weil wir immer eher so ein bisschen auf die Motive eingehen, auf die Hintergründe und natürlich auch die Mechanismen, wie funktioniert das Ganze. Und natürlich hast du als Psychologe auch öfter mal Tipps und Tricks, wie man das macht. Aber ich glaube, die beiden heben das nochmal auf eine sehr konkrete Ebene und dieses Buch ist nicht nur im Augenblick immens wichtig, sondern generell, weil ich so die dumpfe Befürchtung habe, selbst wenn wir das jetzt alle packen hier mit der Pandemie, dass wir auch in Zukunft wissen müssen, wie man mit Menschen umgeht, die nicht an Fakten und wahre oder zu belegende Dinge glauben, sondern anderes. Und insofern ist das sicherlich auch für die Zukunft wahnsinnig wichtig. Und wir freuen uns, dass wir euch das hier zur Verfügung stellen und verlosen dürfen. Und ich finde ganz schön, so einen Auszug mal, ich will jetzt nur die Überschriften vorlesen, weil es hier auch nochmal die konkreten Tipps zur Gesprächsführung gibt. Da geht es dann darum, da lese ich nur die Überschriften vor. Erster Punkt ist Widersprechen und zugleich Gesprächsbereitschaft signalisieren. Nächster Punkt, also es wird dann jeweils noch erklärt, aber der nächste Punkt wäre herausfinden, warum der andere das glaubt. Das Gespräch deeskalieren ist ein weiterer Punkt. Abwertende Begriffe ansprechen, die Quellen hinterfragen, Bekehrungsversuche des Gegenübers eindämmen, rassistische oder antisemitische Äußerungen benennen. Ich glaube, das ist nochmal besonders wichtig, dass wir, dass auch Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben, gar nicht immer realisieren, dass sie damit rassistische und antijüdische Äußerungen auch verbreiten oder Weltbilder transportieren. Genau, weil diejenigen, die sowas aktiv verbreiten, das selten ganz, ganz offen tun, sondern die benutzen Chiffren. Und wenn jemand, der sich nicht so genau damit auskennt, nicht genau weiß, was dahinter steckt, diese Chiffren dann einfach weiterverwendet, dann weiß er unter Umständen gar nicht, dass er da gerade eine antijüdische oder antisemitische Äußerung von sich gibt. Und das wirklich klar zu benennen, das ist immens wichtig. Genau, und dann gibt es noch die Punkte, den Fokus dieses Gesprächs zu verschieben. Um die obsessive Beschäftigung mit diesem Thema mal anzusprechen. Ich glaube, du machst da ein bisschen viel in dem Bereich. Das tut dir vielleicht auch gar nicht gut, dass du das machst. Und man kann auch eine Kontaktpause sich wünschen. Das ist so der letzte Punkt. Also das sind so, finde ich, sehr schöne Handreichungen, die man da bekommt. Das ist jetzt aber auch, das ist kein Kochbuch. Also es ist schon auch inhaltlich sehr, sehr gut. Ich wollte, dass bei mir der Teil so gut gefallen hat, weil das da auf wenigen Seiten dann nochmal zusammengefasst ist. Und das hat ein Format, was man super gut überall hin mitnehmen kann, finde ich. Ja. Also es ist zwar noch die gebundene Version, aber es ist quasi schon ein gebundenes Taschenbuch. So möchte ich es mal formulieren. Also Werbung genug für das Buch. Bitte schickt uns, um eins der drei Bücher zu gewinnen, eine E-Mail mit dem Betreff True Facts an unsere E-Mail-Adresse, die ihr ja kennt, info.huxilla.com und das Ganze schickt uns bitte bis zum 12. Juli 23.59 Uhr. Das heißt, das heißt, 14 Tage habt ihr Zeit und danach werden wir unter allen Einsendungen drei Exemplare verlosen. Vielen Dank nochmal an Katharina und Pia, dass ihr uns die Bücher zur Verfügung gestellt habt und natürlich dem Verlag, der da mitgespielt hat. Das freut uns sehr. Und wenn ihr das Buch nicht eh schon gekauft habt, dann schmeißt doch eure E-Mail in den Topf. Übrigens zum Thema Datenschutz werden wir immer wieder gefragt. Es reicht eine komplett leere E-Mail, die ihr uns schickt. Solltet ihr gewonnen haben, kontaktieren wir euch und fragen dann eure Anschrift ab. Und nach so einem Gewinnspiel, wenn alle Gewinner dann ihren Preis erhalten haben, löschen wir auch komplett die Daten. Also sucht es euch aus, ob ihr die Anschrift schon in der ersten E-Mail mitschickt. Dauert dann vielleicht einen Tag länger, bis ihr auf die E-Mail dann geantwortet habt, wenn ihr gewonnen habt. Aber das könnt ihr euch aussuchen. Dann haben wir per se sowieso nur eure E-Mail-Adresse und den Rest hauen wir in die Tonne und verkaufen den auch nicht weiter. Das ist uns auch wichtig, weil wir wollen ja auch nicht, dass unsere Daten weiter vermittelt werden. Kann ich ja mal ansprechen an der Stelle nochmal. Ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Können uns mal wieder nur bei euch bedanken für viele tolle E-Mails. Das Ferngespräch wird auf absehbare Zeit, weil wir das auch immer wieder gefragt werden, Bestandteil des Huxilla-Universums bleiben. Wir haben im Moment nicht vor, damit zu pausieren oder aufzuhören auf Twitch. Auch Tommy ist nach wie vor ein großer Freund dieses Formats und will das weitermachen bei den White Mails. Es wird jetzt auch einfach so sein, dass wenn dienstags ein Ferngespräch gelaufen ist, dass am Mittwoch in der Woche darauf dann der Podcast erscheint. Das wird jetzt auch nicht mehr so lange verzögert sein, sondern aktuell bleiben. Insofern bekommt ihr da jetzt also im Grunde genommen vier Ferngespräche plus zwei Huxilla-Folgen im Monat. Das sind sechs Podcast-Folgen und diejenigen, die das Ferngespräch live gucken, können das dann einfach ignorieren oder aber, wie der ein oder andere mir auch immer mal wieder berichtet, sich das dann später nochmal anhören, weil zweimal hören hilft dann nochmal beim Behalten, wie er das auch immer machen möchte. Das wird so der zukünftige Rhythmus sein und es wird demnächst weitere Kooperationen und auch neue Formate bei den White Mails geben, auch unter Beteiligung des Huxilla-Personals. Da will ich noch nicht so sehr ins Detail gehen. Da kommt was. Also es geht weiter. Wir werden nicht müde. Ihr unterstützt uns so großartig auf allen Ebenen. Und wie gesagt, bitte schreibt keine E-Mails, in denen ihr uns mitteilt, dass ihr uns jetzt nicht mehr finanziell unterstützen könnt oder gerne wollt und das nicht könnt. Das ist ganz egal. Wir machen das, damit ihr alle das hören könnt und vielleicht mit der Huxilla-Weltkarte, wenn da jemand Zeit und Lust hat, uns da zu unterstützen. Auch das ist eine Riesenunterstützung. Da würde ich mich freuen, wenn die wächst. Schaut es euch an. Und ansonsten hört uns einfach. Ein dickes, fettes Danke an euch da draußen. Und empfehlt uns weiter. Auch das hilft. So, ich muss jetzt aufhören zu reden. Alles Gute euch da draußen. Bleibt bitte gesund. Wir wünschen euch allen einen schnellen Impftermin. Das ist so schön zu erleben, dass in den Timelines immer mehr Menschen jetzt die Gelegenheit haben, Impfungen zu bekommen. Hier in Hamburg ist gerade die Impfpriorisierung im Impfzentrum gekippt worden. Das heißt, jeder kann sich da jetzt um einen Impftermin bemühen, die Lage entspannt sich immer weiter. Und geimpft ist es auch besser gegen die Delta-Variante. Dazu gibt es auch demnächst ein Corona-Update. Wenn ihr das heute Abend noch hört, morgen Abend gibt es das Corona-Update. Ansonsten am Mittwoch drauf. Da haben wir wieder den General Watzl dabei, Carsten Watzl, den Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, der da sehr viel kluges Zeug zu erzählen kann. Und Martin Moda, unser aller Lieblingsmolekularbiologe, wird auch mit dabei sein, der sich da ja auch gut auskennt. Und da werden wir sicherlich die Themen wie Delta-Variante, Impfschutz und all diese Themen ansprechen. Und für all diejenigen, die gerade leiden, weil die Verwandten jetzt sagen, in zwei Jahren seid ihr tot, ihr Vollidioten, die euch habt impfen lassen. Auch darüber werden wir sicherlich ein paar Worte in diesem neuen Corona-Update verlieren. Genau. Ich wollte aufhören zu reden. Ja. Macht's gut, bleibt gesund, lasst euch impfen, seid lieb zueinander und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxella.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.